Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen DAX-Index, wir genau startet ganz pünktlich, 8.30 Uhr. Was Sie erwartet, ist die vorbörsliche Marktvorbereitung, Voxetra-Stahl, Pivot-Punkte, News-Stage-Setups und vieles mehr. Doch zunächst die Folie, die zu den obligatorischen Informationen gehört, Devisen und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text durchlesen, aber die Folie bleibt einige Sekündchen auf Ihren Bildschirmen bestehen. Ganz wichtig, es geht eben nicht darum, etwas nachzutraden, was Sie in den Webinaren von Admiral Markets sehen, erleben, erfahren, wie auch immer. Mein Name ist Roman Krotiansky und unseren Moderator stelle ich selbstverständlich auch sehr gerne vor, Dirk Froschowski. Dirk, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen Roman. Guten Morgen natürlich auch den Rest. Ja, wir freuen uns auf deine Ausführungen und switchen auch schnellstelle herüber. Und ja, du darfst übernehmen. So, dann hoffe ich, dass man den Bildschirm mittlerweile auch sehen kann. Also hier läuft bei mir scheinbar noch das Rad. Okay, alles klar. Dann ist das hier nur ganz kurz ein Nachzügler gewesen bei mir. Ja, ja, wir gucken auf den DAX hier im Minuten-Chart heute Morgen bereits ganz kurz nach 1, 2 Minuten hier schon wieder das Gap geschlossen. Erstes Drittszenario heute Morgen hier im Longbytes 10,241.4. Stop-Loss bezogen auf 10,231.4, also sprich sehr eng. 10 Punkte. Das sind hier aktuell 2.9 Pünktchen hier. Das ist nicht viel. Schauen wir mal, was hier daraus wird. Das ist eng begrenzt. Ich lasse die Handelsplattform einfach mal so offen. Und wir gehen auch hier jetzt erst einmal, bevor wir da gleich nachher in den Chart schauen, in die Daten vom gestrigen Handelstag rein und schauen uns mal an, wo wir hier im gestrigen Markt auch rausgegangen sind. 10,227.8. So, da sind wir schon. 10,227.8. Hier der Xetra-Schluss mit 0,57% im Plus. Da noch kurz darauf hingewiesen, was jetzt hier beispielsweise mit den Märkten generell hier, mit den Schlusskursen überhaupt generell hier ein Stück weit rauszulesen ist, was ja letzten Endes auch den DAX ein Stück weit hier auch mit betrifft. Xetra-Schluss mit Plus 0,57% ist im Vergleich zum Beispiel zu dem Schluss, den der FTSE 100 in London, also quasi der britische DAX, wenn man ihn mal so nennen darf, mit 1,59% ist er nämlich aus dem Handel gegangen. Dafür, dass die Bank of England einen so extremen Schritt gegangen ist, den man ja eigentlich ein Stück weit schon erwartet hatte, 1,59% Plus ist nicht so viel dafür, dass man hier nach sieben Jahren den Zins nochmals auf ein neues Rekordtief senkt und nochmals billiges Geld in den Markt pumpt. Also von dieser Party hat sich der DAX im Rest des Tages nicht mehr anstecken lassen und ist nicht auf diesen Hochpunkten gelandet, wie man das vielleicht dann erwarten könnte, zumindest über Plus 1,0 oder 1,2% Plus. Das kam hier nicht zustande. Bei den US-Märkten ebenso wenig. Im Gegenteil, Dow Jones sogar mit einem leichten Minus und auch S&P 500 mit lächerlicher 0,02% Plus ist auch nichts. Wenn man da mal zurückblickt, wir hängen wirklich hier seitwärts, ob das jetzt im Sommerloch gefangen ist oder ob das einfach drauf lauern ist, schon auf die US-Arbeitsmarktdaten, das mal davon abgesehen. Das bewegt den DAX natürlich genauso und erlauert man heute hier auch in Frankfurt und in Europa natürlich genauso auf diese US-Arbeitsmarktdaten für den Juli, die da heute rauskommen. Wenn man sich übrigens den S&P nochmal gleichzeitig als Indikator auch für den DAX nochmal zusätzlich beschränken darf. Dieser S&P 500 ist jetzt schon seit fast zwei Wochen eigentlich nicht großartig gefallen. Wenn er mal gefallen ist, dann immer nur ganz wenig in Richtung 0,2, 0,3, 0,4%. Er hat es nicht in Richtung minus 1, minus 1,5 mal irgendwo gebracht. Also eine Wahnsinnsnummer, die da in den letzten Handelstagen gelaufen ist. Gucken wir auch auf Asien heute Morgen. Nikkei ist unverändert aus dem Handel gegangen, trotz der ganzen Verwirrungen und Aufregungen durch London, die da jetzt passiert. KOSPI mit plus 0,77, also Südkorea, Danhangseng plus 1,37, wenn ich hier jetzt nochmal auf die Festlandindizes in China blicke, nur mal um das auch noch in den Blick zu nehmen. Shanghai, Shenzhen, also das hier mit fast auch unveränderten Kursen, 0,05 plus, 0,00% minus 0,1% und der CSI 300 Index hier 0,42% im Plus. Also jetzt auch keine absoluten überragenden Werte, die aussieht mit 0,4% im Plus. Wir gucken auch auf die volkswirtschaftlichen Daten, die wir heute zu erwarten haben. Zwar gibt es hier in den nächsten Minuten schon französische Daten, auch die spanische Industrieproduktion und so weiter. Wenn wir das allerdings in Richtung Nachmittag hier anblicken, dann werden wir schon sehen, wo hier überhaupt auch der Hammer hängt. Im Sinne von News, nämlich diese News hier, die hier reinkommen, ab 14.30 Uhr, die blauen, was hier blau gekennzeichnet ist, die jeweiligen NFP-Daten sprechen und von Payrolls, US-Aberzweckdaten für den Juli. Neu geschaffene Stellen, man rechnet hier zumindest, wenn man mal quer durch die Bank mal liest, was an Prognosen da vorhanden ist, zwischen 170.000 und 190.000 neu geschaffenen Stellen. Dann sollten wir hier enttäuschen, ist es mal gespannt zu sehen, wie der Markt die aktuelle Situation letzten Endes dann nämlich interpretiert. Wenn wir nach unten fallen, wird das als Schwäche der US-Wirtschaft tatsächlich als wirklich richtig fundamentale Nachricht gewertet. Wird es positiv bewertet, heißt es, man freut sich über längere Zinssituationen, wie wir sie aktuell haben, nämlich keine Zinserhöhungen im September und vor den US-Wahlen und darüber hinaus in den nächsten Monaten. Also, das ist auf jeden Fall nochmal die Schaltstelle wieder heute. Um 14.30 Uhr geht es dann dementsprechend sehr volatil zu. Im Vergleich dann noch, wer diejenigen, die Öl handeln, beispielsweise, ob das jetzt hier BTI-Hauptsicht natürlich ist, was den US-Leitkontrakt angeht, aber das wird auch Abwerbung haben auf den Rentkontrakt. Um 19 Uhr nochmal Öldaten seitens Baker Youth, also die US-Plattform an Zahl, wie weit die sich verändert hat. In den letzten Wochen ging sie ja signifikant weiter nach oben. Dann gucken wir noch einen kurzen Blick auf zwei Punkte, und zwar auf die Ebene von 10.179 als Support und auf 10.331 hier in diesem Bereich als Resistance, also als Widerstand, wo wir uns hier die Trading Box auch heute vorstellen können, zwischen dem Support 1 und dem Widerstand 2. So, jetzt gehen wir erstmal aus dem Zeichenmodus noch raus. Und dementsprechend jetzt eigentlich, so, na, das bin ich. So, 10.246.8. Wir bleiben in dieser DAX-Position noch drin, also hier aktuell zumindest noch bleibt es bei dieser freundlichen Eröffnung. Also, solange wir hier auch nicht unter dem Pivot Point segeln, was ich hier ja hier im Chart-Bereich, im Minuten-Bereich, nochmal hier kurz mit dem roten Laser-Pointer hier ausweisen will. Pivot Point hier auf Admiral Pivot und wenn wir sehen, hier den Bereich 10.231, den wir hier sehen, der Pivot Point auf Xetra-Basis berechnet. Leicht darüber ist hier dieser Stop-Loss gezogen. Also, insoweit lassen wir uns jetzt hier überraschen, was die nächsten Handelsminuten in Richtung 9 Uhr und darüber hinaus uns bringen und ob wir dann da schnell in der Lage sind, diesen Stop-Loss auch möglichst dann auch in Richtung Entry dann nach oben zu schieben. Das ist eigentlich so Sinn und Zweck der Geschichte, dass man möglichst schnell in der Lage ist, hier den Stop-Loss auf den Entry nachzuziehen, damit man hier bequem zumindest, wie man sagt immer so schön, einen sogenannten Free Trade hat, also sprich kein großes Marktrisiko mehr vorhanden ist. Das lösche ich mal kurz raus und gehe auch hier in den Tageschart rein. Wir gucken uns hier mal bewusst nochmal die eingezeichneten Kurslücken an und auch die jeweiligen Pivot, die drin sind. Allein nur, um da die Trading-Box nochmal gerade nochmal mit einzuzeichnen, geht hauptsächlich darum, dass man hier diese 10.179, dieses Support-1-Niveau hochwärts auf dieses Widerstand 2, 10.331 mal kurz einfärbt. Magenta ist nicht jedermanns Farbe, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Das Miniterminal werde ich ganz kurz mal schließen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben hier. Und dann gucken wir uns auch noch vor allen Dingen im jeweiligen weiteren übergeordneten Chartbereich nochmal an, wo sind denn letzten Endes auch Widerstandsmarken und Unterstützungsmarken, die nicht nur rein durch solche Fibus, sondern auch durch Fibus zustande kommen, die wir auch immer wieder beleuchtet haben, die auch nach wie vor gelten. Wenn wir hier dann beispielsweise den Chart nochmal ein Stück weit weiter stauchen und zwar bewusst auch in den Wochenchart gehen, indem wir hier Dinge einzeichnen, die wir auch schon eine ganze Weile mit analysiert haben. Wir zeichnen den Rekordstand, den Abwärtstrend ein, der hier nach wie vor von Wichtigkeit bleibt. Also sprich, hier sind wir auf Wochenbasis ja schon reingedreht, wenn wir das auf Tageschart nochmal rüberziehen, sehen wir, dass wir bei diesem Abwärtstrend, den wir hier sehen, tatsächlich hier angekratzt und nach unten weggebrochen sind. Wir haben eine Bestätigung dieses letzten Brexit-Candles hier, dieses Tops gehabt und sind nach unten weggebrochen und haben tatsächlich sauber, so wie wir es auch im Webinar montags und auch mittwochs schon bereits ausgewiesen haben, als Support tatsächlich hier diesen Bereich der 10.080 bis 10.131 hier als wirklich Unterstützung hier auch mitgehandelt. Das heißt also, hier in diesem Bereich war auch, wie wir mittwochs auch noch darüber sprachen, zum Beispiel auch die Möglichkeit hier mit einem Long-Szenario in den Markt zu gehen, was letzten Endes ja auch funktioniert hat. Gucken wir auch auf weitere Bereiche, das nochmal jetzt hier in dem Wochenschart zurück und schauen uns zum Beispiel auch mal gerade nochmal Ebenen an, die diese aktuelle Theorie, die dann zur Realität wurde, dann auch bestätigt hat. Eine Sekunde, das werden wir natürlich auch vor diesen hässlichen Magenta-Farben nochmal in Schwarz umwandeln, weil wir die dann öfters nutzen werden. Und dann einfach nochmal vergrößernd nochmal der Hinweis darauf, wenn man das hier nochmal ein Stück weit dicker macht, auch hier nochmal mit dem Laserpointer, sehen wir diese beispielsweise 38.2er FIBO-Marke, die im Bereich von diesem Rekordhoch auf das Jahresverlaufstief, bei 8.695 hier, die 38.2er FIBO auswirft und die auch hier im Bereich dieser 10.1.30, 10.1.20. Das ist die typische Ebene, die wir schon eine ganze Weile immer als Kursdeckel hatten und jetzt natürlich auch als Unterstützung haben, wo wir im Bereich zwischen 10.080 und 10.025, 10.030 immer seitwärts hier drüber und drunter liefen. Dann nochmal ein Stück zurück, um gerade diese FIBO-Anlage auch nochmal dafür zu nutzen und die auf das weitere Zwischentief der 10.431 nochmal nachzuziehen. und da sehen wir zum Beispiel, auch wenn wir hier nochmal vergrößern, sehen wir auch hier, das ist quasi ein Cluster, ein FIBO-Cluster, 50-prozentiges Retracement ist exakt fast auf diese Marke, 10.080, 10.090 hier in diesen Bereich reingelaufen. Auch hier nochmal deutliche Unterstützung für diese These, dass das hier dann doch auch noch eine recht starke Unterstützung eben war und auch noch weiterhin ist. Umgekehrt gilt das Ganze natürlich erst einmal vom Jahresverlaufstief auf das letzte Verlaufshoch, was wir hier gesehen haben. Und zwar war das hier vom 17.04. bei 10.526.4 und auch da schauen wir nochmal genauer jetzt nochmal hin. Ebenso diese Clusterbestätigung, wir haben hier diese 23.06er, auch hier in diesem Bereich, dieser 10.080. Wir gucken obendrein auch nochmal in den letzten Bereich, das schiebe ich jetzt einfach mal auf das letzte Zwischentief hier und schiebe das hier weiter auf das letzte Zwischentief hoch, nur um das nochmal weiter dafür zu verwenden und wechsel dafür dann natürlich auch den Tageschart, wo ich nochmal ein Stück kleiner, damit es nicht ganz so mit diesen hässlichen, dicken Kerzen aussieht und damit wir es nochmal genau auch auf die jeweiligen Heiß und Los anlegen. Und dann sehen wir ja beispielsweise auch in den jeweiligen Fibos, wo wir jetzt beispielsweise im Markt nochmal weitere Unterstützungsszenarien finden. Das ist einmal, nämlich für den heutigen Handelstag hier in diesem Bereich, dieser 10.1.79, wo wir einen Support 1 haben, also im Fibo 1 haben auf Exeter-Basis. Das ist die 23.06er Fibonacci, die wir hier sehen, von diesem Brexit-Tief auf das letzte Bestätigungshoch hier wieder, von 10.477.2. Und wir haben nochmals, wenn wir das auch nochmal mit einzeichnen, was wir ja auch in den letzten Handelstagen oder Wochen immer wieder getan haben, nochmal als den weiteren Dedikator, den Moving Average, den EMA, also die, sprich die EMA 200, die wir, naja, jetzt nehme ich besser eine andere Farbe, weil wir da schon Magenta haben, nehmen wir in dem Fall mal Giftgrün in dem Fall. Das ist schlecht zu sehen, aber man sieht, hier kommt sie jedenfalls rein, auch in den Bereich, auf dieser 10.080 grob betrachtet, auch hier nochmal genau dasselbe Kursniveau auf Tagesbasis hier reinkommend. Wo sind die nächsten Schaltstellen nach oben in diesem aktuellen Tagesverlauf? Dazu in den kurzfristigeren Bereich, gehen wir hier ruhig in den Stundenchart und stauchen das Ganze ein bisschen, damit man ein bisschen besser hier, ein bisschen klarer da sehen und gucken uns hier an, was hier die nächsten Stufen dann nach oben wären, und die nächsten Kursziele für diesen Tagestrade hier wären natürlich erste Stufe 10.279, was wir hier nicht nur als Pivot haben, sondern auch Admiral Pivot hier beispielsweise eingezeichnet haben und darüber hinaus, wo hier die Oberkante dieser zu erwartenden Trading Range zumindest anweist, hier Richtung 10.31. Erfreulicherweise sollte hier auch heute um 14.30 von der Datenseite, also sprich von den US-Arbeitsmarktdaten, richtig kurz vorher nochmal reinkommen, dann können wir uns mit Sicherheit über Kurse weiter nördlich noch freuen in Richtung des alten Zwischenhochs, was wir bis 10.4.50, 10.74.70 hier haben. Ich rechne nicht damit für den heutigen Handelstag, ich rechne eher damit, kann mich natürlich irgendwie jeder andere Mensch auch, dass wir heute keine perfekten Arbeitsmarktzahlen aus den USA sehen. Es würde mich wundern, nach dieser wahnsinnig guten Zahl, die wir auch im letzten Monat hatten, dass wir die nochmal so bestätigt bekommen, sodass ein sowas von starkes buddisches Signal davon ausgeht. Ich gehe davon aus, dass wir ein paar schlechtere US-Arbeitsmarktdaten für den heutigen Handelstag hier um 14.30 haben. Was bleibt noch zum DAX zu sagen, jetzt mal, ich lasse hier den Laserpointer mal auf der oberen Kante hier stehen und gucke auch nochmal gerade nach zwei Daten, die ich gestern auch immer wieder, über die ich immer wieder mal gestolpert bin, was Fundamentalwerte angeht. Wenn wir uns im DAX zum Beispiel ja auch immer wieder mal mit Fundamentaldaten beschäftigen, wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse und so weiter und auch das zum Beispiel bei anderen Indizes dann einmal vergleichen, wo man wenigstens auch nochmal von der Seite sagen kann, ist der DAX unterbewertet, ist der DAX überbewertet, wie sieht es da zumindest aus, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis vom gestrigen Handelstag jetzt mal nimmt, kommen wir beim DAX auf ungefähr 22,8, Euro-Stocks ungefähr 21,7 und S&P ungefähr 20,3. Sprich, also wenn wir uns daran orientieren, ist der DAX sogar im Vergleich zum S&P, obwohl der Kursstand hier nicht so schön aussieht, überbewertet. Nur rein jetzt nur von der Zahlenreihe, die ich eben jetzt mal gerade inserviert habe. Das ist jetzt die Frage, was in den nächsten Handelstagen noch passiert. Wir haben hier noch 5 bis 7, wenn ich mich nicht irre, DAX-Unternehmen, die diese Woche jetzt noch berichten. Lasse ich mich gerne korrigieren. Da ist also jetzt im letzten Fall von diesen 30 DAX-Unternehmen ist schon eigentlich das Gros, also der meiste Teil in Richtung 23, 24, 25 schon gelaufen. Sprich, also die Quartalszahlen, ob jetzt gut oder schlechter ausgelaufen und besser als erwartet, sind letzten Endes da schon eingepreist. Und wenn wir uns auf den S&P 500 konzentrieren, sind es immerhin schon wesentlich mehr als 400 von 500. Also da hat es zumindest auch schon, was die Berichtssaison angeht, da der Drops gelutscht. So, dann gucken wir nochmal auch auf den immer wieder zitierten, nur vom Kursstand auf den zitierten S&P, was der für den DAX auch noch für Auswirkungen haben kann. Gucken wir allein nur mal auf den Kursstand. Wir waren ja zwischenzeitlich, was den S&P 500, also jetzt nicht auch im Future-Bereich, sondern im Index, im Kursbereich, im Cashmarkt angeht, schon Richtung 2,80 Uhr oben drüber. Deswegen sollte man hier nochmal abwarten, ob es nochmal kurzfristig so ein Ankratzen, Antestung des Hochs gibt. Sollten wir hier nämlich in den USA heute Mittag nach 14.30 Uhr im Future bereits schon und dann auch zur Markteröffnung in den USA wegkippen, wird das für den DAX Auswirkungen haben. Hier wird sich dieser Bewegung nicht entziehen können. Wir treuen nach dem Motto, wenn in den USA einer schnupfen hat und hustet, bekommen wir eine fette Erkältung und dementsprechend lassen wir uns dann auch davon anstecken und werden dann wohl eher dann gegen Süden durchgereicht. Also das nur von den allgemeinen Marktkonstellationen. Die Position bleibt soweit erstmal drin. Eine weitere ist auch ebenso nochmal hier eröffnet worden, heute Morgen, das ist jetzt hier im Bereich des Bund Future, auf eine leichte Absenkung. Wir sehen hier zum Beispiel eine Eröffnung von 167.60 und auf 167.98. Dazu nur ganz kurz im Schnelldurchgang, warum das hier so der Fall ist. Wir haben hier Bestätigungen der letzten Widerstände. Einmal hatten wir einen Hoch von 168.13, einmal hatten wir einen Hoch von 168.05 und ein weiteres Hoch ebenso hier nochmal von 168.05. Ich habe es in dem Fall hier, natürlich kann man das Stop-Loss-Niveau auf 168.05 oder 168.07 setzen. Ich habe es bei der 167.98 belassen. Ist mir genug Risiko nach oben. Wir werden sehen, was das in Richtung US-Arbeitsmarktdaten tut. Sollte da vorher schon fünf bis zehn Ticks zusammenlaufen, werden die schon wieder mitgenommen und man lauert wieder auf einen neuen Kursanstieg. Sollte man den hier beispielsweise heute auch nochmals im Verlauf des Tags serviert bekommen, bieten sich möglicherweise auch nochmal Einstiege zwischen 168.05 und 168.13 und vielleicht sogar nochmal an. Das werden wir dann sehen. Stichwort Forex, Stichwort Devisenhandel. Der Blick nochmal auf die Währungspaare, die wir auch neulich in den letzten Tagen auch immer wieder analysiert haben. Es bleibt natürlich dabei nicht aus, dass wir uns das Währungspaar Euro Fund nochmal anschauen, wovon wir ja auch eingangs der Woche und auch am Mittwoch nochmal sprachen. Die Bank of England hat nun mal das geliefert, was sie laut Prognose und laut Einschätzung von vielen Marktteilnehmern liefern sollte, nämlich eine Zinssenkung. Diese Zinssenkung hat sich auf das Fund natürlich negativ ausgewirkt. Ein Stück weit war das schon mit der Zinssenkung so eingepreist. Allerdings hat die Bank of England mit Markkani noch einen draufgelegt und musste da auf jeden Fall noch eine Schippe in Richtung Anleiherkäufe drauflegen, sprich Neuauflage, QE-Programm und Ausweitung des sogenannten Asset-Budgets-Target, also der Anleihekaufvolumina von 375 Milliarden Pfund auf 425, wenn ich mich nicht irre, waren es 425 oder 435. So schlimm das klingt, aber mittlerweile sind der da 10 Milliarden, ist ja wirklich Pille-Palle geworden. Das ist ja alles kein Geld mehr scheinbar. Jedenfalls schauen wir mal, wie lange dieses Strohfeuer da für den Markt unterstützend wirken kann und wann dort der nächste Schuss kommt, sprich, wann die Bank of England den Leipzins tatsächlich nochmal auf 0, so hat er nämlich davon gesprochen, der Markkani auf 0 senkt in den nächsten Sitzungen. Dann bleibt es abzuwarten, wie lange es noch dauert, dass Eurofund tatsächlich die 87 nach oben durchmarsch hier oben macht und Richtung 0,90 läuft. Einige sagen, bis zum Jahresende passiert das, wir werden sehen, der Markt wird uns das weisen, auf jeden Fall, er sieht es nicht danach aus, dass auf längere Sicht das Fund von Prosperität glänzt, sprich, also dass das Fund verlieren wird, ist wohl eher gemachte Sache. Wir gucken auf den weiteren Wert, wir gucken auf das Öl. Das Öl hat in den letzten Handelstagen, wir sprachen auch am Mittwoch noch kurz davon, sofern es sich hier ein Spike nach oben entwickelt und davon sprach ich ja auch am Mittwoch explizit, sobald sich ein Spike nach oben entwickelt, das hat er hier zumindest auch getan. Hier nochmal schauen, was hier im gestrigen Handelstag noch passiert ist, sind wir bis auf den Hoch von 43,83 gegangen, waren das kurzfristige Einladungen, wie ich auch noch mal eingangs sagte, auf einen neuen Short. Das ist soweit, wer das gemacht hat, auch schon längst wieder einkassiert, also das sind kurzfristige Geschäfte, die man auch möglichst nach ein paar Tencent Movers, also Tencent Bewegungen nach unten schon wieder mitnimmt. Man kann die natürlich sichern auf dem Einstiegsniveau, aber dafür ist es in der letzten Zeit auch beim Öl ein bisschen zu volatil hier zugegangen. Wir gucken auf die weiteren Stufen, die wir hier sehen, beispielsweise die auch Entwicklungen, die hier in den nächsten Handelstagen noch möglich sind, also sprich natürlich Non-Fam-P-Wol, heute 14.30 Uhr gelten auch für Öl, die werden sich auswirken. Dann haben wir Rückläufer, die möglich sind, in die Richtung bis 45,16, 45,68 hochwärts und natürlich, was wir hier per Admiral Pivot ausgewiesen bekommen, wo wir hier nach oben beispielsweise dann auch weiterlaufen können. Übergeordnete Pivots, Entschuldigung, übergeordnete Fibonaccis wären dann zunächst einmal hier die Unterstützung, die 38.2er und die 23.6er, die hier schon fast auf der 47.2er ist. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal im langfristigen Bereich an, woher die alle kommen und schauen auch nochmal explizit auf die jeweiligen übergeordneten Fibomarken, wo mögliche Rückläufe noch kommen können. Das schauen wir uns hier mit beispielsweise auch nochmal der langfristigen Anlage an. Das heißt also von dem Allzeithoch auf das Tief, was wir hier sahen, in Richtung der 27.28 Dollar und da haben wir hier beispielsweise die erste Zielmarke gehabt, die in Richtung 55 war. Die haben wir ja mit 53.03 faste. Das zunächst einmal zu dieser langfristigen Geschichte. Dann switchen wir nochmal auf den Wochenchart, gehen auch hier nochmal mit den letzten Zwischentief auf das letzte Zwischenhoch, nochmal langfristigen Bereich drauf. Wir werden das ganz kurz nochmal mit einfärben, nur um noch eine Bestätigungslinie hier auszuschauen, wo hier das Cluster ist, sprich wo ein Fubo-Cluster aufgrund der verschiedenen Zeitebenen vorhanden ist. Wir vergrößern das Ganze auf den Tageschart, stauchen das auch nochmal und bekommen hier im Bereich der Hunderte, jetzt muss ich ganz kurz schauen, die ist noch ein Stück weit entfernt, da sind wir im Bereich, da gehe ich noch ganz kurz mit der Horizontalen drauf, da sind wir im Bereich dieser 46,35 tatsächlich dann so, da sind wir also auch knapp in Richtung 47 unterwegs. Das werden wir hier gleich wieder rauslöschen, zu viele Linien würden uns hier auch weiterhin belasten, wir gehen auf den Tageschart, gucken uns hier auch nochmal vom letzten Zwischenhoch auf Zwischentief dann hier die Stellen an, löschen auch bewusst alte Fibromarken jetzt raus, rein aus dem Grund der Optik und aus dem Grund, dass wir nicht mit viel Linien hier durcheinander kommen, nehmen das letzte Zwischenhoch, nehmen das letzte Zwischentief und wählen erst nochmal ganz kurz hier schwarz und nochmal schwarz und dann gucken wir uns nochmal die nächsten Schaltstellen an, wie wir die hier beispielsweise nach Norden nochmal finden, einmal 23,6 bei 43,87 die wir im Antestverfahren schon hatten und darüber hinaus als nächste Kursmarke hier oben in Richtung der 45,68 als mögliche weitere neue Rückläufer Kursziele nach unten die wir haben ist das alte Zwischentief erst einmal 41,03 wer beispielsweise ein etwas größeres Zeitfenster von mehreren Handelstagen oder 1-2 Wochen handeln will kann sowas als Stop-Loss nehmen der ist allerdings sehr tief so wahnsinnig weit muss er nicht genommen werden bietet sich eher an hier das Low von 42,04 zu nehmen vom gestrigen Handelstag von diesem Candle das sieht eigentlich hier was einen kurzfristigen Bereich angeht eigentlich noch ganz konstruktiv aus sofern wir hier auch nicht tatsächlich hier im heutigen Handelstag in Klammern wo ich nicht unbedingt von ausgehe ein Inside Day ausbilden könnte ich mir jetzt eigentlich vorstellen dass wir da nochmal kurzfristig ein Stück weit höher laufen sollten hier die US Arbeitsmarkt Daten gut ausfallen auf längere Sicht wenn wir uns anschauen was draußen im Ölmarkt los ist ob das jetzt Iran ist ob das jetzt Nigeria ist ob das jetzt beispielsweise hauptsächlich auch die USA sind die Zahlen wo hier quasi Öl egal mit welchen Mitteln mit Fracking oder mit normalen herkömmlichen Mitteln auf der Erde gepunktet wird die Anzahl der Barrels per Day die geht in den letzten Wochen nach oben seitens der US Produktion man diskutiert aktuell dass man den Hafen in Libyen da zwei Häfen da zumindest frei kriegen will da sollen dementsprechend auch mehr Barrels per Day bald zurückgelangen Iran legt dazu Saudi-Arabien also jedenfalls wenn man das anguckt geht die Menge wieder hoch und es bleibt abzuwarten inwieweit das letzten Endes sich wieder dann schnell auch im Markt kristallisiert es sieht eigentlich eher danach aus dass wir danach nochmal sinkende Kurse haben was das angeht gut so das jetzt zu meiner Einschätzung für den Brandkurs Öl haben wir jetzt ein Stück auch hier abgehandelt kurzer Nachtrag ich habe da noch am Mittwoch noch gesehen bei S&P 500 da hatte ich ganz kurz den Chart aufgeworfen aus eigener Sache da hatte ich einen längerfristigen Chart drin und da hatte ich noch eine Magenta Linie drin die abwärts ging das war einfach eine alte Linie die habe ich vergessen zu löschen dementsprechend die hatte keine große Bedeutung also sorry für die Verwirrung das war eine Abwärtstrendlinie die dort einfach noch eingezeichnet war aus den letzten Handelswochen und Monaten zuvor und die in diesen Tagesschattern natürlich explizit sehr stark auftaucht dann gucken wir hier auch nochmal auf den S&P 500 wo hier die nächsten Schaltstellen nochmal sind das ist vor allen Dingen von Wichtigkeit wenn wir uns den 236 Support anschauen der übergeordnet hier liegt bei 2136 2140 also da sollte jedenfalls der S&P 500 nicht runterfallen sonst wird es eher etwas ungemütlich nach oben hin wenn wir uns anschauen wo hier aufgrund des letzten Zwischenhochs da lösche ich das hier auch nochmal raus aufgrund des Zwischenhochs und Zwischentiefs was wir hier zum Beispiel sehen der doch extreme Bewegung nach Brexit wo wir dann sehen was wir hier haben haben wir den 138 2er Fibro Projektion tatsächlich erreicht die nächste Schaltstelle mit 161 8er wäre schon deutlich über 2200 also wer übrigens ein paar Kursziele noch von vielen Monaten zuvor gelesen hat der hat beispielsweise Goldman Sachs damals mal gesehen die in Richtung 2250 gegangen sind und weiter geschoben haben letzten Endes nichts anders gemacht als Betrieben wo so etwas nach oben geschoben wird aktuell sieht es eher danach aus dass wir hier auf diesem aktuellen Niveau bald wohl nach unten drehen das sieht nicht so besonders gut von der Wirtschaftsentwicklung in den letzten Monaten zumindest aus was wir da an BIP-Zahlen reinbekommen haben wenn gleich 4,8% 4,9% Arbeitslosenquote in den USA die Hälfte von 2008 2009 ist also da haben die Herrschaften in Washington und in anderen Ländern zumindest was das angeht bessere Arbeit geleistet gut 9 Uhr an der Stelle möchte ich es dabei belassen wir hören uns sofern Sie mögen um 10 Uhr zum Punkt 10 Trade nochmal dazu herzlich eingeladen und ansonsten wünsche ich jetzt erst nochmal gute Trades die DAX Position beobachten wir natürlich schauen wir mal wie lange die jetzt hier letzten Endes in Anführungszeichen diese 10 Punkte überlebt ich lasse es mal und an der anderen Stelle natürlich sofern Sie heute schneller vielleicht Schluss machen ein wunderschönes Wochenende von meiner Seite aus und gute Erholung wir hören Montag wieder sofern Sie das möchten die Frage stellen warum Adnor Markets dann haben Sie zumindest einige Antworten weitere geben wir natürlich sehr gerne kommen Sie auf uns zu und nun auch die Möglichkeit wie Sie uns kontaktieren können wir würden uns freuen wenn Sie natürlich auch in den sozialen Medien aktiv werden versuchen Sie unsere Facebook Gruppe aber auch YouTube Kanal von Adnor Markets wo Sie übrigens auch dieses Video also das heutige Webinar im Laufe des Tages erleben können und eventuell nachschauen können Herzlichen Dank im Namen von Adnor Markets danke auch an Birk erneut mein Name ist Kotianski und die ersten Punkte konnte man ja schon mitnehmen hier eben bei Euro World Future dann freue ich mich auf ein sogenanntes Bier Money reicht ja für 2-3 Bierchen nicht na dann bis später tschau tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020